Einen wunderschönen Freitagabend YouTube und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über ein Thema, was vor einem Tag viral gegangen ist auf Twitter. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, wie so ein bisschen Shitstorm um Antonio Rüdiger war. Da ging es um eine Gestik, die er in die Kamera gemacht hat beim Jubeln, unmittelbar nachdem er den finalen Elfmeter im Champions League Viertelfinale geknallt hat. Maschine, Macher, Berliner, Neuköllner. Also ich persönlich kann ich euch schon mal sagen, ich feiere Antonio Rüdiger auf dem Platz und auf der Field habe ich gar nicht so viel von ihm mitbekommen. Ich folge ihm schon lange auf Instagram, aber mir entgeht dann immer auch einiges. Also ich sehe nicht alles. Ich habe mich jetzt so ein bisschen über das Thema wieder schlau gemacht und wollte euch eine Perspektive geben. Und ich stelle mich da wirklich auf gar keine Seite vorab. Ich bin kein Moslem. Ich bin Türke, ich bin theoretisch gesehen ein geborener Moslem, aber ich praktiziere den Islam nicht. Ich lebe nach dem Motto, so Positives tun, ohne zu erwarten und irgendwas zurückkriegen. Einfach so entspannt sein, keine Ahnung. Deshalb nur, dass ihr checkt. Ich bin jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, ich verteidige jetzt den Islam und mein Leben oder sowas. Sondern ich will einfach nur eine objektive Meinung zu der ganzen Nummer geben und fand, dass da schon einiges sehr so Hetzendes auf Twitter rumging. So diese Spalten- und Regierentechnik, die fühle ich gar nicht. Auch von einigen Leuten, die man kennt, die bekannt sind so. Deswegen, wir schauen einfach nochmal drauf. Und ja, ich finde so dieses so Bashing von allen, egal um welches Thema geht, ist immer tough, glaube ich, für die Spieler mental. Ist, glaube ich, nicht so easy. Und es gab ja schon mal einen Skandal beim Kollegen Rüdiger, weil er auf einem Foto diese Handgestik gezeigt hat. Der sogenannte Dahuitfinger, wie wir gleich auch nochmal genauer erfahren werden. Ja, ich bin halt kein Fan von diesem krassen Bashing von Spielern, weil ich war immer ein riesiger Mesut Özil-Fan. So Spielart, Technik. Ich fand immer, er war übelst underrated. Es war auch zum Teil da echt tough, schon alleine Fußball zu gucken damals mit deutschen Freunden, weil die haben sich schon nochmal hart auf Özil raufgeschmissen. Na, guck mal sein. Oh, yes, läuft, wie er steht, bla, bla, bla. Und irgendwie hat so diese ganze Hetze gefühlt den Charakter von einem Mesut Özil auch krass beeinflusst. Der ist jetzt mittlerweile, hat der so ein Tattoo auf der Brust, wo der so diesen Bosskull-Wolf drauf hat, wo ich mir denke, Bro, wenn man was vielleicht aus dieser ganzen Diskriminierungskacke mitnehmen kann, ist das, wenn man vielleicht selber auch nicht diskriminierend sein sollte. Und die sind ja jetzt nicht die Unrechtesten, sag ich mal, in der Türkei. Von daher hat mich ein bisschen enttäuscht und wenn ich das Özil-Trikot so an, manchmal möchte ich es anziehen so. Ich habe so ein deutsches Trikot von Özil und dann, ich bin so, Mann, ja, wieso, Bro, wieso, wieso konntest du nicht einfach so entspannt sein, also wieso konntest du dich einfach so locker flockig entwickeln, so viel Dankbar, also Dankbarkeit lernen. Und ich weiß halt nicht, ich denke mir dann manchmal so, ich schweife jetzt auch krass ab, aber heute Real Talk Time. Ich denke mir dann auch so, die müssen ja auch voll falsch gelenkt worden sein im Leben, dass die nicht einfach so entspannen konnten halt, ne. Dieses Social Media Game, das macht einen schon fertig. Und ich glaube auch so dieses Ganze von den Medien, dieser Druck, der von Zeitungen, was weiß ich alles kommt, ist, glaube ich, nicht so easy. Gerade wenn man sich da jetzt nicht so eine andere Meinung oder so holt, sondern einfach nur dann in irgendwelchen Kreisen landet, dann, ja, fand ich auch bei Özil immer krass, dass seine Plattform halt auch gefühlt von anderen Leuten zum Teil gefühlt, so kam es rüber, so ausgenutzt wurde mit seiner Reichweite, weil er echt riesig war dann, was mir auch dann Probleme bereitet hat am Ende. Aber gut, wir kommen zurück zu Toni Rüdiger. Da ging einiges auf Twitter ab. Ich würde sagen, wir schauen erstmal direkt in die Szene rein, richtig am Ausschweifen hier, euer Bré. Gucken mal, was Annabelle Schumke gepostet hat, weil das war das Erste, was ich gesehen habe. Aber sie schreibt, und ich spreche es aus, wie sie es natürlich auch spricht, der Tahuid-Finger plus Allahu Akbar. Er weiß, was er tut und was für Signale er sendet und er provoziert weiter. Rüdiger, gestern beim Champions-League-Viertelfinale von Real Madrid gegen Manchester City. Ja, schauen wir ins Video rein. Das hat er gemacht, ja. Das hat dann Frau Schumke daraus sich genommen und gesagt, ja, pass auf, dieser Tahuid-Finger. Da wurde auch viel darüber diskutiert, weil ein gewisser Herr Burmann oder so, ich bin auch nicht zu aktiv in dieser Szene drin, aber der wirkt auch ein bisschen sketchy. War ja der Erste, der irgendwie Rüdiger für seinen Instagram-Post, sage ich mal, beschuldigt hat. Und dann habe ich mich schlau gemacht, was dieser Tahuid-Finger bedeutet. Und der Tahuid-Finger und das von einem Islam-Experten. Ich glaube nicht, dass dieser Herr Burmann oder wie der heißt. Digga, ich sage einfach irgendeinen Namen. Warte mal, ich finde den mal ganz kurz, weil Herr Gräfe hat ja auch so schön was dazu geschrieben. Err, Digga, ich sage einfach Burmann, Digga, woher? Was habe ich gerade einfach gesagt? Herr Reichelt, meine Fresse, Digga, fuck me. Gut, dass ich nochmal nachgecheckt habe. Ich hätte den die ganze Zeit Burmann gesagt. Wer ist Burmann? I'm sorry, ey. Ey, Classic, Classic. Aber ey, um darauf zurückzukommen. Der hat diese Debatte das erste Mal gestartet. Da ging es um das Instagram-Bild von ihm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist dieser Finger? Weil ich selber habe das immer so benutzt als so Eintracht auf die Eins, Eintracht auf die Eins. Und habe das letztens bei Hertha gemacht. Und dann hat mich ein, der, der mir das Foto gemacht hat, der hat mich einmal so getrollt. Hat auf Twitter das gepostet. Splash-Bruder mit dem IS-Gruß, ja, Digga. Und ich war so, Digga, ich habe es so gepostet. Ich habe es gar nicht gerafft. Ich war so, na, das ist viel zu viel und so. Habe es gar nicht gecheckt. Und dann habe ich erst, Digga, wirklich. Dann habe ich erst gerafft, was mit diesem Ding überhaupt auf sich hat. Und dann dachte ich mir, schauen wir uns doch mal an, was ein Herr Islamwissenschaftler zu sagen hat. Der Bre heißt Serdar Kurnas. Er ist Islamwissenschaftler und Theologe. Ich denke mal, das wird der besser wissen als Kollege Reichelt. Wir lesen mal ein bisschen rein, was der Bre zu sagen hat. Auf Instagram veröffentlichte der deutsche, das war doch das Bild, der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ein Foto, auf dem er den Zeigefinger der rechten Hand nach oben streckt. Um Muslime zu Ramadan zu grüßen, zeigte Antonio Rüdiger den Dachwedfinger. Der rechtspopulistische Journalist Julian Reichelt unterstellte dem Fußball-Nationalspieler daraufhin, einen Islamisten-Gruß gezeigt zu haben. Okay. Der Islamwissenschaftler und Theologe Serdar Kurnas ordnet die Geste im Interview mit unserer Redaktion ein. Herr Kurnas, welche Bedeutung hat der Dachwedfinger? Serdar Kurnas sagt, Dachwed ist das Einssein Gottes. Die muslimische Tradition ist streng monotheistisch Fremdwort. Aber man sieht, er ist Islamwissenschaftler, weil er droppt halt auch frequently diese Wörter, die keiner versteht. Aber wir machen mal weiter. Indem man den Finger hebt, verweist man darauf, dass Gott das einzige göttliche Wesen ist, das existiert. Es ist ein religiöses Zeichen, das auch im Gebet verwendet wird. Die Mehrheit der Muslime, egal ob sunnitisch und schiitisch, verwenden das Zeichen. Während der Gebete gibt es bestimmte Bewegungsabläufe. Während man sitzt, spricht man das Glaubenskenntnis aus und währenddessen bezeugt man, dass es keine Gottheit außer Gott gibt. In diesem Moment hebt man den Finger, um auf das Einssein Gottes hinzuweisen. Eigentlich ist der Finger nur ein religiöses Symbol. Und dann sagt der unterschiedliche Verwendung des Dachwedfingers. Antony Rüger hat die Geste in einem Instagram-Post gezeigt, woraufhin der rechtspopulistische Journalist, Herr Reichelt, von einem Islamisten-Gruß gesprochen hat. Ist das nachvollziehbar? Tatsächlich haben Islamisten in den letzten Jahrzehnten diese Bewegung für sich beansprucht. Das heißt aber bei weitem nicht, dass es ein klares Zeichen für eine fundamentalistische Gesinnung ist, wenn man einen Muslim dabei beobachtet, wie sie oder ob er den Finger hebt. Okay, da können wir jetzt richtig deep reingehen. Im Endeffekt sagt der Bré, ja, das wird jetzt mittlerweile von auch Extremisten benutzt, dieses Zeichen. Aber man kann ihm dann nicht unterstellen, dass er das aus diesem, wie sagt man, dass er das extremistisch meint. Sondern dass er das einfach nur, es gibt nur ein Gott gefühlt mäßig, diesen Move macht. Ich benutze es für Eintracht Spandau, so. Und ja, Annabelle hat das gemacht. Dann habe ich sehr geil auf Twitter gesehen, direkt geliked, richtig nice Stellungen genommen. Herr Simon Gamerbrother, habe ich richtig gefühlt. Rüdiger ist auch ein absoluter Macher, weil er damit solche Opfer wie dich komplett wegtriggert. Nur weil es easy in dein Weltbild passt, ist nicht jeder Muslima, weiß nicht, ob man es so schreibt, aber we know you tried, my brother. Gleich ein Terrorist ist. Nervt nicht. So. Geil. GG ist an dem Bré. Manuel Griefe hat dann sich auch nochmal geäußert, ne. Nächster Aufreger, Toni Alahu Akbar plus Finger. Was darf, sollte man sagen, verwenden oder nicht? Herr Reichelt, Ed Rüdiger, Teil 2? Dann besser, statt Konfrontation im Dialog. Bräuchte nicht weitere Spaltereien, sondern Austausch plus Verständnis bei unterschiedlichen Ansichten. Man sieht, Herr Griefe erprobiert, diese Spalten- und Regierentechnik nicht anzuwenden. Aber irgendwie, indem er so drauf hinweist, also wäre doch geiler, wenn er jetzt das einmal gegoogelt hätte, so wie ich, dann sieht er, was dieser Finger bedeutet und markiert diesen Islamwissenschaftler, dass der mit Toni Rüdiger redet. Dann was soll dieser Rechte mit dem reden? Das bringt doch gar nichts, Digga. Der hat doch eh seine Ansichten, die er sieht. Die kannst du doch eh nicht überzeugen davon. Naja, meine Meinung dazu, Herr Griefe. Dennis Abi würde was anderes sagen, aber... Der sitzt in Berlin mit seinem Wunder. Von daher, das haben wir. Dann fand ich auch interessant, würde es so einen Aufschrei geben in Deutschland, wenn Antonio Rüdiger, also wenn Cristiano Ronaldo nach einem Tor halt einfach mal Christsein macht, was ich mir auch rausgesagt habe, was sogar bei... Ich würde bestimmt sogar Schlagzeilen deswegen gegeben haben im islamischen Land, ja, kann ich mir vorstellen. Aber, ähm, in Europa wäre das definitiv kein Thema, bin ich mir sicher. Bap! Was macht er bei Al-Nasr? Bap, 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 bap! Huuu! Ich verstehe, was ich meine. Da würde es keinen Aufschrei geben in Europa, ja. Habe ich nur mal so rausgesucht, dachte mir so, hä, wenn jetzt ein Christ so diesen Move macht, dann in die Kamera, als ob irgendjemand von denen irgendwas sagen würde, wäre wahrscheinlich nicht so. Ist auch nur Vermutung von mir, ja. Dann fand ich ganz geil, generell noch ein paar Szenen zu Rüdiger. Nach dem Spiel, worüber natürlich keiner dann redet, diese Passion, die er zeigt. Gibt euch das mal. Bap! Rein da! Vamos! Vamos, amana! Zack! Ja! Mann, so einen Spieler will jeder haben. So einen Spieler will jeder haben. Toni, auch am Ausrasten. Das fand ich wahr, aber... So, da sieht man auch, was Rüdiger für ein Typ ist. Kovacic, wisst ihr ja alle, ist einer seiner besten Freunde. Das sagt er auch öffentlich in einem Interview, wo es zu dem Elfmeter kam. Guckt euch das an. Er zeigt ihm an, wo er schießt. Digga, das war so schamlos, Digga, das war so schamlos. Aber he doesn't give a fuck. He wanna win. Und dann hat er auch noch die Gehornis gehabt, um den selber zu machen. Das war auch crazy shit. Rüdiger, Juhu, wir haben gewonnen. Gott ist groß. Spanier, muy bien, mi amigo. Und ich muss sagen, ich hab auch einige auf Twitter spanische... Ich hab einfach nur Hashtag Rüdiger angegeben. Da kam auch viel Spanisches. Da kam viel Liebe, so. Gott ist groß, so als... Nicht als diesen... Das haben die da nicht so als extremistisch aufgenommen, sondern eher so als Freude. Guck mal, der ist Moslem. Der zeigt das, wie halt wahrscheinlich Christen sich freuen, wenn ein Ronaldo so dieses Kreuze macht, halt so im Endeffekt. Und bei uns, Rüdiger, Juhu, wir haben wohl, muy bien, halb Deutschland. Nein, 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 nein. Was ich auch noch sehr interessant fand, dann bin ich auf diese Instagram-Seite von dieser Frau gegangen und was die vor ein paar Tagen auch gepostet hat, fand ich auch sehr fragwürdig. Und Weird ist eine Journalistin. Sie schreibt, wir haben aufgehört, über den Islam als Ursache bestimmter gesellschaftlicher Probleme zu sprechen. Attentäter sind jetzt psychisch krank. Schüler mit fragwürdigen Werten. Gibt es unter allen Gruppen und islamistische Zusammenkünfte, die aus jungen, kampfbereiten Männern bestehen, sind eine geringe Gefahr für die Demokratie als Reichsbürger am Rollator. Digga, what the hell? Also man liest schon so, diese Wortwahl ist schon gefühlt racist, Digga. Bro, wir haben genug Probleme in alle Richtungen. In alle Richtungen. Wir haben Probleme mit rechten Leuten. Wir haben genau dasselbe, was sie sagt, psychisch kranken Leuten, die fanatisch sind nach christlicher Religion, die fanatisch sind, deutsch zu sein. Wir haben alles, Digga. Als ob, man, das ist auf jeden Fall der letzte Weg, wie es hilft, so eine Probleme im Endeffekt zu lösen. Das ist alles, was ich sagen will. Das ist alles reine Hetze, was ich hier sehe. Und fühle ich einfach nicht. Also hoffentlich fallt ihr nicht alle auf so eine Hetze rein, sondern wir können das Ganze friedlich im gemeinsamen Leben regeln, Alter, so sinnlos sowieso racist zu sein, Digga. Was könnt ihr dafür, wo eure Eltern gebummst haben, Digga, dass du aus diesem Spermium rauskommst, also dass man daraus entsteht, dafür haben wir nichts getan. Ob du dann in einem muslimischen Haushalt, christlichen Haushalt, in einem, da du deutsch bist, wenn du Ausländer bist, was auch immer bist, dafür können wir alle nichts. Dass wir das Glück haben, dass wir in Deutschland geboren sind, zu diesen Zeiten, sage ich mal. Ich stelle dir mal vor, wir wären 100 Jahre vorher, also da wäre ich wahrscheinlich eh nicht hier geboren, sondern irgendwo wahrscheinlich im Dorf, in der Türkei, irgendwo in den Bergen, so, who knows. Aber ich bin einfach nur dankbar, Alter. Ich chill mein Leben, Digga. Ich bin so, einfach das Beste aus allem zu machen, positiv zu sehen, anstatt wirklich diese Spalten- und Regierentechnik anzuwenden. Leute, vielleicht hat dieses Video rein gar nichts gebracht, vielleicht hat es etwas gebracht, vielleicht hat es ein bisschen bei euch geknickst, geknipst, vielleicht auch nicht, vielleicht, I don't know, macht, was ihr machen wollt damit. Ich wollte einfach nur mal meine Meinung raushauen und wünsche euch einen schönen, ein wunderschönes Wochenende. Bis morgen.